Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellarz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellarz und auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, bei uns dreht sich ja jetzt seit einigen Folgen schon alles um die Bundestagswahl. Das lässt uns einfach nicht los, das Thema. Und diese Woche wird es sich auch wirklich nicht lohnen, über was anderes zu sprechen, Tom. Warum? Auf keinen Fall. Es gibt nur ein Thema. Wer gewinnt die Wahl? Und mit welchem Abstand? Und wer koordiniert danach? Und überhaupt? So, Sonntag haben wir wieder Triell geguckt. Ich habe ja ehrlicherweise, ich habe Sonntagabend das fast wie so eine Pflichtveranstaltung gefühlt. Ich habe gedacht, boah, musst du es jetzt gucken? Dann habe ich gedacht, ja, ich muss es schon gucken. Hast du ProSieben Sat.1 geguckt? ProSieben. ProSieben, ja. Aber ist ja egal. Aber ich fand es wirklich auch gut. Also ich war auch nachher froh, es gesehen zu haben, weil ich fand, das war nochmal spannend. Ja, auch weil Gott sei Dank mal Mickey Mouse endlich vorkam. Es war so ein Begriff irgendwie, da haben sich alle drüber gefreut, endlich mal ein Mickey Mouse-Heft. Ja, Mickey Mouse gefühlt schon die ganze Zeit mit in den Triellern dabei gewesen, jetzt auch einmal angesprochen worden. Ja, aber nee, ich fand es tatsächlich gut diesmal. Also ich fand es besser als das letzte, das kann ich so sagen. Ist ja eigentlich wie bei uns, oder? Ja, wird immer besser, wird immer besser, wird immer besser. Nee, jetzt, also ich fand es stark und hatte auch nochmal so einen Spin gehabt. Ich meine, man hat ja, ich weiß, wie es dir ging, aber man hat ja so klar auch da die Lagerbildung dann schlussendlich gesehen. Eindeutig. Also war er jetzt wirklich rot-grün. Man hat, glaube ich, auch gesehen, die Annalena Baerbock, die jetzt sich auch, glaube ich, damit abgefunden hat, nicht mehr ums Kanzleramt mitzuspielen und deswegen so eine offensive, starke Vizerolle eingenommen hat und deutlich mehr auf den Laschet auch gegangen ist und den angeschossen hat als den Scholz. Das war schon, ging mir auch so, fand ich offensichtlich, ja. Bis zu den Koalitionsaussagen am Ende. Ja, hat dir, ich habe gestern irgendwo gelesen, der Lindner hätte noch reingehört. Der hätte dann der Debatte gut getan. Sozusagen wahrscheinlich, um eine Gewichtung zu haben. Auf der einen Seite rot-grün, auf der anderen Seite schwarz-gelb. Geht dir das auch so? Hättest du ihn gern da gesehen? Ich tue mich schwer damit, mir Christian Lindner in der Debatte noch mit rein zu wünschen. Ich habe legendär gesehen Benjamin von Stuttgart-Barre, der gesagt hat, Christian Lindner hat gesagt, wir müssten Till Schweiger ernst nehmen. Now you do the math. Das fand ich sehr geil. Völlig vom Thema ab. Ich finde, Christian Lindner hätte dem gut getan, einfach für eine Ausgewogenheit, weil so war es wirklich eine 2 gegen 1 Situation, war für den Laschet vielleicht ein bisschen unfair an der Stelle. Er hat dann ja auch nicht mehr so Offensive gemacht, sondern hat das so ein bisschen probiert wegzumoderieren, weil natürlich auch die Themenauswahl jetzt nicht so klassisch CDU war. Da ging es am Ende ganz zum Schluss noch einmal um innere Sicherheit. Vorher war halt auch einfach, dann finde ich offensichtlich, dass zu den Themen, die da angesprochen wurden, die CDU halt auch einfach inhaltlich nicht so viel zu bieten hatte. Ja, also beim Laschet und damit sollten wir vielleicht auch beim Triell rausgehen. Beim Laschet fehlen grundsätzlich, ich glaube, sein bestes Thema wäre einfach, wenn man ab und zu über Karneval reden würde oder so. Dann könnte man auch wieder lächeln. Du bist schon wieder so gehässig. Da hingestellt, genau. Also okay, ich weiß immer noch nicht, wie viel Effekt das tatsächlich am Ende aufs Wahlergebnis hat, aber wir haben neue Umfrageergebnisse. Wir haben nämlich mal wieder über unser fantastisches Panel von den Kolleginnen und Kollegen von Aposkop eine Umfrage gemacht. Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Das machen wir ja regelmäßig und jetzt die letzte vor der Wahl haben wir nochmal gemacht. Und das ist sehr spannend. Da ist zwar die CDU immer noch vorne. Ich gucke, hol es mir doch mal gerade hier direkt dran, dann kann ich auch die Zahlen alle richtig ablesen. Also CDU 23 Prozent. Das ist ja das, wo sie auch ungefähr gerade liegen in den Umfragen. Man muss aber dazu wissen, die nach eigenen Angaben haben von den Umfrageteilnehmern bei der Wahl 2017 45 Prozent für die CDU gewählt. Unglaublich. Und von den Inhabern, ich glaube, um die 70 Prozent. Also das ist jetzt deutlich runter. Wir blenden die euch auch nochmal ein, wenn ihr uns bei YouTube guckt, was ja zu empfehlen ist sowieso. Also CDU, CSU 23 Prozent, dann Grüne 15 Prozent, FDP 14, SPD 12 und AfD 4 und Linke 3, beide nicht im Bundestag vertreten. FDP Riesenaufholjagd. Also die waren wirklich vor einem Monat noch bei unserer letzten Umfrage noch bei 6 Prozent oder so, landen jetzt schon bei 12, sind also da ziemlich nah dran gerutscht schon. Ja, aber alle, oder? Also auch SPD und Grüne haben ja im Vergleich zu dem, was die Leute vor ein paar Jahren gewählt haben, deutlich aufgeholt. Und das finde ich, das zeigt so ein bisschen auch bei dieser Umfrage, du kannst ja gleich nochmal auf Koalitionen und so eingehen, aber es zeigt ja so ein bisschen auch einen Trend, den wir insgesamt so in der Gesellschaft wahrnehmen, nämlich diesen Willen zur Veränderung. Also das bewegt einfach die Leute, die Leute sagen, ah, weg von der Union, sogar bei denen, die wirklich, ja, eigentlich immer Union gewählt haben oder mehrheitlich Union, die hinterfragen das und wenden sich, ja, den Liberalen, den Grünen, sogar der SPD zu. Ja, du siehst das wirklich bei den Wählerwanderungen, die konnten wir da auch abbilden, dass die wirklich von der CDU auch kommen. Also natürlich, die müssen ja auch irgendwo herkommen, aber das ist, also die Hälfte der jetzt SPD-Wähler haben letztes Mal noch CDU gewählt. Ja, krass, Wahnsinn. Und welche Koalition wollen die so haben? Ich kann nochmal einmal vielleicht hier in die, ach so, jetzt habe ich hier noch die Gewinneverluste, minus 21 Prozent CDU tatsächlich, das ist natürlich schon krass. Ja, aber so viel werden sie jetzt nicht mal nicht verlieren, weil dann kämen sie ja irgendwie, dann werden sie ja gerade noch zweistellig. Aber man spürt irgendwie, dass das am Sonntag ein besonderer Tag wird, aber es ist eine Wette, wo es hingeht. Also ich glaube wirklich, dass viele von denen, die sonst CDU wählen, jetzt auch die Ampel vermuten, dass die kommt und dann sagen, dann wähle ich lieber FDP, dann habe ich eine starke bürgerliche Partei da möglichst drin zwischen Rot und Grün. Und das kann ich mir vorstellen, dass da schon, die Zahlen geben das auch so ein bisschen her, jetzt gerade vor allem der Trend, dass die FDP jetzt gerade so zulegt. Dafür spricht auch, dass immer noch die bevorzugte Koalition, hast du ja gerade gefragt, schwarz-gelb wäre. Knapp allerdings, 15 Prozent, liebe Leute, das könnt ihr vergessen, schwarz-gelb wird es nicht werden, dafür reicht es nicht. Es wird ja für kaum eine Zweier-Konstellation reichen, also wenn überhaupt, große Koalition. Also so groß wird die Überraschung dann am Sonntag nicht sein, dass man am Ende zwei sieht, die so über die Maßen, glaube ich, gewinnen. Aber was sagen denn die Kolleginnen und Kollegen bei Aposcope zum Thema Ampel-Koalition? Die Ampel ist in den Dreier-Konstellationen tatsächlich die beliebteste. Es ist alles eng beisammen und es sind auch immer noch 19 Prozent unentschlossen bei dem, was sie sich als Koalition wünschen. Ungefähr auch so viele, wie bei ihrer Wahlentscheidung noch unentschlossen sind. Also 12 Prozent Ampel, dann 11 Prozent Rot-Rot-Grün und dann kommt erst diese Deutschland-Koalition, schwarz-rot-gelb und dann 8 Prozent große Koalition. Also selbst wenn man sieht, dass ja CDU und SPD noch relativ viele Stimmen zusammen haben, will einfach niemand mehr diese große Koalition. Und das ist, glaube ich, auch jetzt, das ist einfach so ein Gefühl, hast du auch mehrfach hier schon angesprochen, ja, es geht nicht mehr, ne? Ist Kreisverkehr fahren, ne? Also wenn eine große Koalition ist, du fährst in den Kreisverkehr nochmal rein, aber du hast das Gefühl, du kannst nie mehr raus. Das braucht keiner, das ist einfach vorbei, das hat sich überlebt. Und das spürt man ja auch bei allem Respekt, den die sich ja immer noch entgegenbringen. Ich finde auch, das merkt man auch Scholz und Laschet und den Parteien an, die wollen auch nicht mehr miteinander. Die wissen, dass ihre Schwächen auch damit zu tun haben, dass sie jetzt in einer großen Koalition regieren, dass sie sich da so abgerieben haben und da braucht es jetzt andere Konstellationen. Und ich glaube persönlich, diese 19 Prozent, die liegen ja gar nicht falsch. Ich wundere mich manchmal, ich könnte mir auch vorstellen, die Zahl ist viel größer. Wir fragen natürlich nach einer Wunschkonstellation, aber wenn man den Parteien so genau zuhört, die wissen ja selber nicht genau, was sie wollen. Also die Union sagt die ganze Zeit der FDP, dass sie auf keinen Fall mit den Roten und mit den Grünen irgendwas machen soll. Ja, und den Bürgern sagt sie auf keinen Fall Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot oder wie auch immer. Und man spürt irgendwie, die Leute, die wollen zuerst mal das Wahlergebnis am Sonntag haben. Die wollen sehen, wie viele Stimmen haben die Parteien bekommen, wer holt die Direktmandate und dann kann es losgehen. Und dann wird geschachert. Aber ja, ich glaube an die Ampel irgendwie. Ja, es deutet im Moment einiges darauf hin und es ist aber trotzdem ja, also wir haben bei uns hier diese 18 Prozent Unentschieden gehabt, aber bei den bundesweiten Umfragen sind es ja, glaube ich, so 30 Prozent noch. Also der Trend ist zwar da, aber es kann noch viel passieren, du. Ja klar, es kann auch ganz viel, vielleicht gibt es noch einen Mitleidsbonus für Armin Laschet und der kriegt plötzlich deswegen viele Prozente oder keine Ahnung, wer da noch wen am Ende des Tages zur Wahlurne karrt. Und es ist ja auch spannend, glaube ich, ihr habt ja auch bei Aposkop fragen lassen, wer hat schon gewählt, also wer macht Briefwahl und wer geht am Sonntag noch wählen. Und ich glaube, das war irgendwie so 40 Prozent oder so gehen am Sonntag wählen. Ich übrigens auch, ich habe auch keine Briefwahl gemacht. Ich werde mich da hoffentlich in die Schlange stellen, um dieses Gefühl zu haben, es gehen ganz viele wählen und nehmen das ganz ernst. Also die Zahlen, 42 Prozent haben schon per Briefwahl gewählt, 15 wollen noch Briefwahl machen und 40 Prozent gehen am Sonntag hin. Also passiert schon noch viel am Sonntag. Ja, und wenn du jetzt mal überlegst, da sind noch ein Drittel Wechselwähler dabei, auch bei diesen 40 Prozent oder vielleicht sogar viel mehr. Das kann spannend werden. Also die nächsten Tage könnten tatsächlich noch richtig was bewirken und unser Podcast natürlich auch. Ja, wir geben aber hier keine Wahlempfehler, wir reden ja erst mal nur drüber. Wieso eigentlich nicht? Ja, haben wir uns schon drüber unterhalten, wie soll ich nicht? Ne, machen wir nicht. Aber es ist ja genau deswegen klar, ich war überrascht, habe jetzt irgendwo gehört, wie viele tatsächlich, wie wenige eigentlich festgelegt sind, also wie klein der Anteil der Stammwählerschaft bei den Parteien jeweils ist. Ich glaube, die SPD hat das mal ausgerechnet vor vielen Jahren schon, das sind 13 Prozent. Ja, und was bedeutet das? Ja, das ist halt extrem wichtig und deswegen probieren die aber, glaube ich, auch gerade genau die jetzt zu mobilisieren. Das hast du ja jetzt zuletzt immer mehr gemerkt, sodass die CDU geht jetzt auf Industrie und Wirtschaft und Sicherheit, der Olaf Scholz und die SPD probieren jetzt nur noch diese Gerechtigkeit und Respekt Thema zu bringen. Und die Grünen machen halt vollen Fokus auf Klima und Familie so ein bisschen mit und probieren halt da ihre Leute abzuholen. Die Frage ist, wie viele, was hast du wirklich so als letztes im Kopf, wenn du in der Wahlkabine stehst? Ich glaube, darauf kommt es bei vielen oder bei mehr als man denkt noch an. Die Frage ist ja auch am Ende, was man will oder was man nicht will. Und ich glaube, dass das in diesem Jahr ein großes Thema spielt. Und deswegen ist natürlich auch die Debatte, die die Union, insbesondere Herr Laschet, da führt auch die CSU mit Söder an der Spitze. Das heißt, Achtung, ihr könnt nur eine linke Regierung, die Millionen Arbeitsplätze kosten würden und so. Das ist ja alles einfach ins Rot-Grüne behauptet, sozusagen. Und damit laufen die durchs Land und versuchen, die Leute madig zu machen. Natürlich in dem Wissen, dass in der Wahlkabine, wenn du dein Kreuzchen machst und nicht genau wusstest vorher, wo mache ich es, und dann liest du diesen Zettel, dann denkst du, dann kommt in den Hinterkopf irgendwie, links ist gefährlich, verliere ich meinen Arbeitsplatz oder meine Partnerin, mein Partner, wie auch immer. Irgendwas fühlt sich dann unsicher an, wir müssen aus der NATO austreten oder aus der EU. Plötzlich gibt es wieder D-Mark und Pfennig, keine Ahnung. Das ist natürlich totaler Humbug in weiten Teilen. Und das übrigens alles zu fokussieren auf eine Partei, nämlich die Linke, die ja eine einzige Option hat, nämlich mit den Roten und mit den Grünen zu koalieren, wenn es gar nichts anderes gibt. Und da scheint es ja viele andere Optionen zu geben. Und die liegen im Moment bei wie viel? Bei sechs Prozent oder so? Ja, da wird es krass, ob die reinkommen überhaupt. Das ist ja auch, wenn jetzt viele sagen, sie wollen dann vielleicht nicht, dass ihre Stimme verloren geht, sich deswegen abwenden und dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung, die Linken wirklich nicht reinkommen. Ich persönlich fände es schade, egal jetzt welche Konstellation es gibt, auch bei einer Ampel fände ich es gut, wenn es links davon noch die Linke gäbe und rechts davon die CDU. Das wäre, glaube ich, so aus demokratischer Sicht fände ich das ganz angenehm. Was ich ganz angenehm fände, ist, wenn es diese Ampelkoalition gibt und es hat wirklich auch Gründe, weil ich kann es nicht mehr ertragen, dass die AfD, dass Frau Weidel oder der Mann mit der Jagdhundkrawatte da immer als erster Oppositionsredner in jeder Debatte stehen und das Wort führen und rumkeifen und deswegen ja auch viel mehr Sendezeit kriegen als andere und und und. Das nervt mich kolossal und deswegen wünsche ich mir förmlich, dass die CDU, CSU in die Opposition geht mit einem starken Ergebnis und dann dort als Oppositionspartei so richtig die Regierung vor sich her treibt. Mit einem starken Jens Spahn als Oppositionsführer, ist das dein Wunsch? Zum Beispiel, das wäre lustig und dann könnten wir auch noch mehr über den berichten und über ihn lesen und reden, aber mal gucken, ob es dazu kommt. Du hast dich ja geradezu festgelegt, du hast ja heute bei uns eine, wie hast du es genannt, eine, nicht White Paper, sondern eine unvorsichtige Analyse von Thomas Bellat, sehr lesenswert, kann man als PDF bei Apotheker Talk downloaden, wir packen es euch ja auch nochmal drunter und die heißt schon Ampel, Apotheke und die Zeit nach Jens Spahn. Das heißt, du legst dich jetzt hier und heute fest, es wird die Ampel, ja? Ich habe so ein 80%-Plus-Gefühl, dass das tatsächlich die Ampel werden wird und ich kann das auch argumentieren. Erstens von der Verteilung her, also erstens gibt es eine Wechselstimmung, die ist relativ klar, die sieht man jetzt auch wieder in der Befragung bei Aposkop, sogar bei den Zielgruppen, die eigentlich tendenziell eher bei Schwarz-Gelb wären. Die haben sich da umverteilt und die lassen und spüren, es gibt eine Veränderung, ja? Nochmal zur Erinnerung, sowohl die SPD als auch die Liberalen, als auch die Grünen sind heute, nee, sind im Prinzip nicht in der Opposition, aber die SPD ist nur Juniorpartner und will in die Regierung, will Regierungsverantwortung haben. Und ich glaube zutiefst daran, dass diese Ampel-Koalition einen Vorteil hätte, nämlich, dass sie, darüber haben wir vor ein paar Wochen auf der Bühne im Kino International gesprochen, dass sie die Breite der Gesellschaft besser abbilden würde, als das, was wir jetzt gerade sehen. Und ich glaube, dass es nötig ist, mehr neue Ideen, mehr Innovationen reinzukriegen, dafür steht für mich nicht allein die FDP, sondern auch die Grünen und die SPD haben Regierungserfahrung, das ist ein Vorteil, glaube ich auch, dass da jemand drin ist, der Regierungserfahrung hat, der aber gleichzeitig auch nicht so stark und mächtig ist, dass er die anderen unterbuttert. Das ist ja dann alles, vielleicht nicht komplett auf Augenhöhe, aber also alles nahe bei. Und das wäre an der Ampel-Koalition spannend. Und ich glaube auch nicht, dass das Stillstand ist, sondern dass sich das auf unterschiedlichen Ebenen tatsächlich schnell bewegen würde. Ja, das wäre wirklich, also finde ich einen interessanten Gedanken von dir, vor allem mit dieser Kontinuität, die man ja trotzdem hätte. Und dafür steht ja der Scholz auch gerade sehr mit seiner ganzen Merkelei, die er da an den Tag legt. Und ich glaube, dass das vielen Leuten aber wirklich so ein beruhigtes Gefühl gibt, dass man nicht hat wie 1998, war das zum letzten Mal so, dass keine Partei sozusagen weiterregiert hat. Da hatten wir wirklich von schwarz-gelb auf rot, grün im Wechsel. Danach war praktisch immer zumindest eine Partei weiterhin an der Regierung beteiligt, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue. Und das Spannende wäre ja dann wirklich, wenn jetzt es zu dieser Ampel kommt, finde ich, ich habe heute mal mit den Buntstiften von meinen Kindern mal die verschiedenen Ressorts angemalt, wer denn wohl sowas kriegen könnte. Und das wird echt mega kompliziert. Also kann man ja nur völlig spekulieren, weil es davon abhängt, wer kriegt eigentlich wie viel Prozent, wie viel liegen die Grünen vor der FDP, überholen die FDP vielleicht die Grünen noch, wie stark wird die SPD im Verhältnis zu den beiden. Aber das wird richtig heißer Tanz. Ja, genau. Und wer hätte bei einer der vorvergangenen Bundestagswahlen oder danach gedacht, dass die FDP nach dem Gesundheitsressort giert und sich das nehmen würde. Und ich glaube, da ist ganz viel offen. Also du meinst jetzt 2009, als sie das gekriegt haben? Ja, war es neun. Von neun bis dreizehn, ja. Aber da wollte die Merkel das ja nicht haben. Ja, das kann ja sein. Aber trotzdem, das zu nehmen, das ist ja ein bestimmtes Selbstverständnis. Und ich halte, wenn ich jetzt nach vorne schaue, dann halte ich es für ganz schwierig, so wie du es auch gesagt hast, abzusehen, wer bekommt denn was. Und ich halte auch diesen Verteilungskampf jetzt heute für falsch. Ich glaube tatsächlich, deswegen auch diese etwas unvorsichtige Analyse. Ich glaube, dass eine Ampelkoalition auch zum Beispiel für Apotheke und Pharma gar nicht das Schlechteste wäre. Sondern hier hat man eine ganze Bandbreite gesellschaftspolitisch, aber auch gesundheitspolitisch, die abgedeckt wird. Da wird es dann plötzlich nicht darum gehen, unbedingt eine Bürgerversicherung einzuführen. Also sich zu vergraben in irgendwelchen ganz schwierigen Kämpfen, sondern pragmatisch Themen wie Digitalisierung, Verbesserung der Pflegestandards oder so anzugehen. Ja, hast du völlig recht mit. Also ich glaube, das wäre abgeräumt, das Thema Bürgerversicherung, wenn die FDP mit drin ist, weil das jetzt auch nicht so die Herzensangelegenheit von Rot-Grün ist. Da könnte man sich darauf verständigen, wir modernisieren das, schaffen da vielleicht ein paar mehr Ausgleichsmöglichkeiten. Aber apothekenpolitisch, glaube ich, hast du völlig recht, ist das nicht mehr das Schreckgespenst. Weder die FDP, die ja zeitlang so mit Apothekenketten geliebäugelt hat, hat jetzt der Ullmann bei uns bei Apotheker Talk im Interview klare Absage erteilt. Als auch die Grünen, wo auch der Herr Dahmen, gibt es auch ein spannendes Video-Interview bei uns, gesagt hat, der will die Honorierung der Apotheken stärken und die Apotheken besser vergüten. Warum? Ich glaube nicht, dass das Kettenthema auch nur ansatzweise wirklich ein ernsthaftes politisches Thema in den nächsten Jahren ist. Und ich kann das auch begründen, es gibt sehr viel wichtigere Themen, die pragmatischer angelegt sind. Schauen wir uns das E-Rezept an. Das E-Rezept ist nach meinem Dafürhalten sozusagen der erste große Schritt, der erste wirklich große Schritt in die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Und dabei ist es ja nur die Übersetzung von Papierform, also Rezept, Papierrezept in ein E-Rezept. Das ist ja noch gar nicht so weit. Aber damit komme ich halt zu jedem Patienten, zu jeder Patientin und sage denen, Achtung, das Digitale geht los. Und das haben wir jetzt beim Impfzertifikat gemerkt, welchen großen Beratungsbedarf es da gibt. Also auf der Patientenebene, das können Krankenkassen nicht leisten, das leisten auch keine Medizinerinnen in der Arztpraxis, sondern das werden am Ende zum Beispiel Apothekerinnen und Apotheken und PTAs machen müssen. Und das ist auch super so, weil die können da mit ihrer Kompetenz landen. Und ich glaube, das ist rot, grün und gelb. Die Ampelkoalition wäre die große Möglichkeit für die Apotheken, mehr anzubieten. Man muss sich dann natürlich nach vorne entwickeln, weil diese Koalition wird den Beweis erbringen wollen, wenn es die wirklich geben sollte, dass sie schneller ist, dass sie es besser macht, dass sie sich nicht aufreibt. Weil die gucken natürlich dann auch schon wieder auf ihre Landtagswahlen, auf die Europawahl auf die nächste und die gucken insbesondere auf eine nächste Bundestagswahl. So und es wird dann eine starke Opposition geben. Die Union wird sich neu aufstellen, in den Ländern aber auch im Bund. Und das heißt für eine Ampelkoalition, die muss liefern. So und je mehr die liefert und je besser sie liefert und je besser sie das verkauft und je geräuschloser sie das im Übrigen macht, desto größer sind die Chancen, dass diese drei Parteien auch über den Tag hinaus erfolgreich sein werden. Und da hätte ich, also deswegen, vielleicht ist das auch eine Wunschvorstellung, ja. Ich mag halt nicht mehr die große Koalition sehen und ich sage auch ganz offen, ich glaube auch zutiefst, dass die Union deswegen in die Opposition muss, damit sie sich erneuert. Damit sie sich erholt, wirklich. Ja, man hat manchmal fast das Gefühl, dass dieses Bedürfnis auch bei der CDU und der CDU vielleicht noch mehr selber besteht. Also wenn der Herr Schäuble hat jetzt gesagt, dass es praktisch ein Fehler war, dass die Merkel als Kanzleramt von dem Parteivorsitz getrennt hat, das wird jetzt so ein bisschen ihr zugeschoben, die Schuld daran. Das klingt für mich alles jetzt schon so ein bisschen wie Nachlese so. Dann wird man den Laschet natürlich da irgendwie abschießen, wenn er jetzt die Wahl vergeigt. Und dann können die sich neu sortieren. Und ich glaube, das tut denen wirklich personell und auch programmatisch gut. Du, ich habe jetzt gerade wieder, ich glaube, die CDU muss sich da ein Stück weit ehrlich machen, genauso wie die CSU. Also sie haben halt auch jetzt in der Pandemie, in der Regierung, im Umgang mit Merkel, mit ihren ganzen Personaldebatten, die sie in der Öffentlichkeit geführt haben. Wenn der Innovationscharakter sich darauf beschränkt, dass Friedrich Merz aus dem Sauerland oder wo er immer zurückkommt, auf die große Welt, nichts gegen Sauerland, aber ja, Friedrich Merz dann eben. Da reicht es auch nicht. Und jetzt, weißt du, wir hatten letzte Woche Impfwoche. Das mag auf den ersten Blick gar nichts mehr mit der Bundestagswahl zu tun haben, hat es aber natürlich, weil wir jetzt irgendwie das Gefühl haben, dass mit der Pandemie, das könnten wir überwinden. So, und jetzt bei der Bundestagswahl wird auch drüber abgestimmt, wie war das denn eigentlich? Und letzte Woche haben sie extra noch eine Impfwoche gemacht, ja, und volle Pulle. Und Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister in Klammern CDU, hat sich mal wieder hingestellt und gesagt vor laufenden Kameras, das war ein super Erfolg. Wir haben richtig was gerissen. Und dann kommt am Tag danach die echte Analyse, ja, und dann kommen die Ergebnisse. Und die sind immer noch schlecht. Es hat sich gar nichts getan. Ja, leider, es ist nicht genug passiert. Nee, das ist auch schade. Und ich hätte mir sogar gewünscht, dass diese Impfwoche ein großer Erfolg wird. Ganz ehrlich, ich hätte es mir gewünscht. Also jeder kann uns, glaube ich, das glauben, dass wir uns das gewünscht hätten, so wie wir uns hier mundfusselig reden, dass sich alle impfen lassen sollen. Bitte, bitte. Aber es macht mir halt echt auch wirklich immer noch einen Schmerz, dass man da, es ist natürlich Wahlkampf, aber dann, manchmal hält man halt einfach auch dann lieber die Klappe. Das gilt vielleicht auch manchmal für uns hier. Aber insbesondere für jemanden wie Jens Spahn, wenn das Ergebnis schlecht ist, das dann als gut zu verkaufen, das fühlt sich halt auch im Wahlkampf falsch an. Und am Tag danach hat er sie auch reingekriegt. Und das kostet am Ende nicht ihm, sondern den Laschet die Stimmen. Ja, das ist die Wahrheit. Also er verliert diese Wahl doch nicht nur, weil er da mal im Flutgebiet gelächelt hat. Ja, das hat ihn viele Prozent gekostet, sondern der verliert die Wahl, der wird die auch deswegen verlieren. Und er verliert sie auch, wenn er sehr viel schlechter abschneidet als die CDU bei der letzten Wahl. Dann ist das auch ein Verlust. Ja, guck doch mal, wo die vor ein paar Monaten gestanden haben. Warum verliert er die Wahl? Weil natürlich diese Korruptionsfälle stattgefunden haben. Die Art und Weise, wie sie das Personalkarussell gedreht haben. Weil einige Ministerinnen und Minister, ob jetzt nun die Frau Klöckner oder der Altmaier, wo man so das Gefühl hat, das sind irgendwie nicht die richtigen Leute. Du hast es an die Scheuer irgendwie ausgelassen aus Versehen. Ja, ich habe ja auch die Hoffnung, dass der nie mehr auftaucht. Aber ich glaube halt, das ist so ähnlich wie Jens Spahn, der taucht immer wieder auf. Ja, Jens Spahn finde ich wirklich die spannende Frage, wenn jetzt der Laschet da verliert und abgeräumt wird. Ich meine, der war in seinem Team. Der hat ihn praktisch mit protegiert als Tandempartner im Rennen um den Parteivorsitz. Will jetzt Fraktionsführer werden, aber er ist natürlich da irgendwie ein bisschen Teil dieses alten Establishments, was jetzt gerade dabei ist, zu scheitern. Also das wird, finde ich, für den Spahn auch noch spannend, was der nach der Wahl wird. Ja, das ist total spannend. Und ich glaube, da gehen die Spekulationen dann direkt am Wochenende noch los und Anfang nächster Woche. Das Spannende werden die Ergebnisse an sich sein. Also wird, was glaubst du? Ich nage dich jetzt mal fest, wer wird stärker? CDU, also CDU, CDU oder SPD? Wolltest du fragen? Also du sagst es dann nachher dann auch. Also ich glaube tatsächlich, das wird ein super knappes Rennen. Ich glaube, dass die SPD die stärkste Kraft wird. Und wenn es eine Wette wäre, würde ich allein wegen der Quote sagen, Platz zwei, die Grünen. Das hätte ich vor zwei Monaten oder vor sechs Wochen auch nie gesagt. Nee, ich glaube wirklich, SPD vor CDU. Und dann wird es knapp. Ich glaube tatsächlich, dass du, du hast es eben schon mal gesagt, ich glaube, dass das bürgerliche Lager ein bisschen weg von der CDU geht und sich noch in die FDP reinrettet, um die stark zu machen. Und ich glaube, wir werden eine Überraschung erleben im Kopf an Kopf rennen von Grünen und FDP. Also nicht, dass ich mir wünsche, ich wünsche mir eine starke grüne Fraktion, aber pff. Mache ich eine Prognose? Ich glaube, dass die Grünen oberhalb den 15, 14 Prozent, die somit in den Umfragen haben, landen wird. Ich glaube auch, dass die mehr mobilisieren, als jetzt gerade in den Umfragen da sind. Und ich würde aber auch sagen, SPD landet vor der CDU, weil eben dieser Abdrifteffekt, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, Richtung FDP wird, glaube ich, passieren. Und der Laschet hat jetzt auch irgendwie nicht den Eindruck gemacht, als ob der das Ruder noch rumreißen würde in der letzten Woche. Es gibt ja einige, und dafür sprechen auch die Zahlen, es gibt ja auch einige, die sagen, dass auch diejenigen, die so ein bisschen Mitte-Links wählen, also die SPD und Grün gerade wählen, auch so ein bisschen bürgerlich geprägt sind, dass die unter Umständen von den Grünen weggehen in Richtung SPD, um sicherzustellen, dass die die stärkste Kraft werden. Und deswegen ist es super spannend letztlich. Es ist eine große Wette und natürlich ist deswegen die Ampelkoalition natürlich auch eine Wette. Aber ich glaube, die ist sehr wahrscheinlich, weil die Beteiligten wissen und wenn man die Debatten des letzten Wochenendes gesehen hat, auch Christian Lindner, wie er mit Robert Habeck zusammen da gesessen hat und sie ganz charmant miteinander umgegangen sind, da wird sich jetzt nicht mehr behakt, weil man gelernt hat, dass diese Angriffsmechanik irgendwie nicht richtig verfängt beim Wähler. Ja, darauf haben wir alle keinen Bock mehr. Wir wollen eigentlich Inhalte haben. Die kriegen wir zwar auch nicht so richtig geliefert, auch leider nicht gesundheitspolitisch in diesem Wahlkampf. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch für diese Branche das Spannende, was passiert danach. Aber es gibt so viele große Themen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es den ganz großen Wandel nach dieser Bundestagswahl gibt. Wir werden das sehr gespannt verfolgen. Wir werden uns natürlich sehr kurz schließen, Tom, du und ich am Sonntagabend. Ihr bestimmt auch alle werdet das mit Spannung verfolgen. Wir haben ja jetzt ein paar Aussagen gemacht. Die sind jetzt dann hier für die Ewigkeit festgehalten. Könnt ihr mal kontrollieren, womit wir eigentlich recht hatten, wo wir komplett falsch gelegen haben. Wir sind selbst sehr gespannt. Damit kommen wir, glaube ich, auch schon langsam Richtung Ende unserer nächsten Bundestagswahlfolge. Und das nächste Mal haben wir dann schon einen neuen Bundestag, wenn wir uns hier wieder treffen, Tom. Ich bin ganz gespannt. Ja, ich bin insbesondere gespannt, wie lange diese Regierung dann immer noch im Amt sein wird, weil es so lange dauert mit dem Sondieren, mit dem Koalieren. Das wird ja deswegen auch am Sonntag spannend. Also wie lange dauert es bis zum Neuanfang sozusagen, bis zum Neustart? Also ich habe mir jetzt schon, muss ich zu gestehen, meinen ersten Lebkuchen gekauft. Und ich glaube, bevor wir eine neue Regierung haben, werde ich keinen mehr bekommen in den Läden. Ja. Es wird vorbei sein. Ich habe auch überlegt, wie ich den Sonntagabend verbringen werde. Ich werde, weil wir ja kurz vorher darüber gesprochen haben, wir dürfen das jetzt nicht erzählen. Ich werde nicht in der Badehose vor dem Fernseher sitzen und mir das anschauen, sondern ich werde natürlich trotzdem schwarz tragen, ja, aber nicht in Trauer, sondern Vorfreude. Und dann, so wie der Stoiber damals auch gesagt hat, mir ein Glas Sekt aufmachen. Genau. Wunderbar. Das war, nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke. Uns gibt es immer donnerstags überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, liked uns, lasst uns Kommentare, da freuen wir uns immer. Ja, genau. Und diese und alle weiteren Ausgaben gibt es natürlich auch, der Kollege Müller hat es schon mal gesagt, bei YouTube. Da kann man uns auch kostenlos abonnieren. Und wir freuen uns über Bewertungen, über Stylen und Liken. Und natürlich sagen wir, wählen gehen. Wählen gehen. Ja, das ist unser Aufruf. Ja. So, zu guter Letzt noch bei Instagram, add nur mal so zum Wissen. Und damit haben wir auch wirklich alle Kanäle durch. Tom hat mir wieder viel, viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Heute waren wir richtig gut, finde ich. War viel besser als letzte Woche. Herrlich.